Hi! Auch in diesem Jahr möchten wir gerne wissen, wie es um die IT-Sicherheit in Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Am Ende habt ihr die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Wir verlosen als Hauptgewinn zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel von Borussia Dortmund. Außerdem gibt es handsignierte BVB-Trikots der aktuellen Saison, handsignierte Fußbälle und Lizenzen unserer ESET Home Security Premium zu gewinnen. Also, klickt einfach auf den Link im Beschreibungstext und los geht's!